Am meisten ist eine Firma zu gründen. Die Idee ist cool und alles zu organisieren, aber nachher, wenn du anfährst mit der ganzen Schriftlichkeit, das ist immer wieder so ein Pain. Herzlich willkommen zum 42. DigiTalk. Heute mit Berni Zindl. Ein ganz spannendes Thema haben wir heute. Und zwar geht es um Digitalisierung, Internet of Things. Aber ich würde gerade sagen, dass du dir selbst vorstellst, dass unsere Zuhörer sehr ein Bild bekommen. Und dann starten wir nachher das Thema. Danke für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Berni Zindl. Ich komme aus Mayerfeld. Ich bin aktuell gerade an einer neuen Firma aufbauen. Ein Start-up typisch im IoT-Bereich. Ich bin auch noch in der Beratung unterwegs. Digitalisierung ist mein Stickerpferd. Wir haben es vorhin gerade angesprochen. Wir haben es vorhin gerade angesprochen. Bevor wir den Start-up aufnehmen. Sehr, sehr vielseitige Tätigkeit von dir. Auf der einen Seite hast du ursprünglich Bauzeichner gelernt. Jetzt bist du in der Unternehmensberatung in Digitalisierung. Du hast ein eigenes Start-up und unterrichtest noch. Und nebenbei noch Privatflügerei. Woher nimmst du die Zeit und wieso die Vielfältigkeit? Wichtig ist einmal eine Frau, die das versteht und auch die Anmachung gibt. Letztlich bin ich schon immer ein Mensch, der sich für sehr viele Sachen begeistern kann. Und immer Neues lernt. Also gerne Neues lernt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Grund, wieso ich vielseitig unterwegs bin. Also, ja, irgendwie noch etwas machen und das das Leben lang machen, wäre einfach nicht so ein bisschen naturell. Also ich kann dich schon ein bisschen verstehen. Mir ist normalerweise auch immer so nach zwei, drei Jahren in einem Job. Und darum habe ich gedacht, okay, machen wir eine Marketingagentur. Da hast du einfach so viel Unterschiedliches und mit so viel unterschiedliche Firmen zu tun. Aber ich kenne das schon. Ich glaube, das ist auch so etwas von einem Unternehmer. Also so jemand, der einfach immer wieder den Drang hat zu etwas Neues. Und wenn er etwas erreicht hat oder irgendwie etwas gesehen hat, okay, gut, jetzt kommt das Nächste. Ist das alles so ein bisschen die Thematik? Absolut. Also es ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, wieso ich in die Unternehmensberatung reingegangen bin. Weil man kann das so ein bisschen das Projektgeschäft anschauen. Also man kriegt eine Aufgabenstellung, man fährt an, hilft und bringt sich ein und hat wirklich irgendwie den Pace zum Vollgas geben. Aber irgendwann ist es vorbei, man kann das wieder übergeben und geht ans Nächste her. Und so bleibt es eigentlich immer spannend. Und ich denke, das ist wahrscheinlich so der Hauptgrund, dass ich da gewächst habe. Jetzt eines von dir ein grosses Hobby, ich habe es vorher angesprochen, ist das Fliegen. Ja. Oder ich weiss, wie viel Zeit es dort bleibt. Woher denn daran? Also es ist doch eigentlich schon nicht ein alltägliches Hobby. Nein, aber ich habe es schon immer gehabt. Also früher hast du schon geklettert und dann bist du gerne in der Höhe gewesen. Und ja, nach dem Studium dann, nach vier Jahren Studium, habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendetwas machen, das einfach komplett etwas anderes ist. Und das, ich meine, ja, ich weiss nicht, so Meteorologie und Funken und Flug, das sind einfach alles Themen, die du vorher nie gekannt hast. Ja. Und jetzt kannst du das einmal lernen und bin natürlich das Fliegen an einem für sich, die Privatflugerei, die extrem schön ist, oder? Aber Nymola ist eben auch sehr, sehr zeitintensiv gewesen, um das zu erlangen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Und sie fragen auch etwas aus einem persönlichen Ding. Wir würden eben das einmal irgendwann mal einen Reiz. Ich hatte zwar lange Flugangst, aber es ist wirklich etwas, wo ich selber mal gedacht habe, das wäre mal eine Challenge. Ja, also während der Ausbildung bin ich sicher, ich sage jetzt zweimal in der Woche, bist du in der Luft gewesen. Ja. Also es ist auch extrem wichtig, dass du immer dran bleibst, also einfach irgendwie alle zwei Wochen am Morgen fliegen. Das kommt nicht gut, oder? Weil die Routine, das ist wirklich, das ist etwas vom Wichtigsten. Du darfst nicht überlegen, sondern du musst das automatisiert machen können, oder? Weil sonst wird es dann wirklich gefährlich. Du kannst nicht wie im Auto irgendwo rechts herfahren und einmal schnell durchatmen. Das funktioniert nicht, oder? Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und ja. Wie lange hast du das gebraucht, bis du pilotische Kreis hast? Nicht ganzes Jahr. Nicht ganzes Jahr. Aber jetzt, als dann die Selbstständigkeit gekommen ist und die neuen Firmen etc. Da muss ich sagen, habe ich es jetzt ein wenig vernachlässigen müssen. Ich bin eben noch Vater geworden dieses Jahr. Und geheiratet. Ja, genau. Und dann halt, wenn du fliegen gehst, dann gehst du einen halben Tag weg wie Schnutz. Und das liegt jetzt aktuell einfach nicht rein. Ja. Vielleicht so ein wenig zu der Motivation. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Du stammst ja auch aus einer Unternehmerfamilie. Ist das so ein wenig, wenn man, ich sehe es ein wenig bei mir aus einer Unternehmerfamilie, das ist für mich auch ein wenig der Anspruch oder die Motivation in die Wege geleitet oder das vorgelebt bekommt. Das ist wie, man muss voll das gehen. Ja, also ist sicher ein Punkt. Ich denke, man hat es halt einfach mitbekommen. Man hat es vorgelebt bekommen und es ist auch gezeigt worden, wenn man für etwas einsteht und wenn man Gas gibt, dann kannst du eigentlich alles erreichen. Du musst einfach dahinter stehen und es vor allem auch gerne machen. Also einfach etwas machen, dass es Prestige ist oder dass es du erledigt hast. Oder ja, für den CV. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, so etwas, was ich in meinem Bereich mitbekommen habe, ist wirklich die Einsatzbereitschaft. Also weisst du, dass du als Unternehmer oder als Selbstständiger, wie man das auch betiteln will, einfach einen enormen Einsatz musst geben. Also es ist so. Und du auch bereit bist, den Einsatz zu geben, weil du hinten dran siehst, hey, schau, ich kann etwas bewegen. Ja, und es ist die intensische Motivation, um zu sehen, wie das wächst. Und ich glaube, dann schaffst du auch nicht einfach deine achteinhalb Stunden. Sondern du schaffst gerne und es ist für dich, es ist ja nicht per se einfach mühsam gehen, sondern es ist einfach, es ist Passion. Das sage ich ja mal an. Wenn jemand fragt, wie lange schaffst du, dann sage ich, ich arbeite alle 24 Stunden am Tag. Aber es fühlt sich nicht an, wie ich arbeite. Ja, genau. Logisch, du hast auch mühsame Sachen. Also ich glaube, das kennst du auch. Eilig, wenn du so ein paar Leute mitarbeiten hast, hast du auch viele Sachen. Ich habe die Mühe gemacht. Aber für mich ist es so, ich bin jetzt gerade zwei Tage im Ausland gewesen und für mich hat es super geil gefunden. Es ist alles geschäftlich gewesen. Und es macht einfach Spass. Es macht Spass, mit Leuten zusammen etwas zu erreichen, wieder neue Ideen zu generieren. Und ich glaube, das gibt dann auf der einen Seite eben auch wieder die Energie zum weitermachen. Jetzt müssen wir zusammenstehen, ist eine Firma zu gründen. Also die Idee ist cool und alles zu organisieren. Aber nachher, wenn du dann hier anfährst mit der ganzen Schriftlichkeit. Das ist immer wieder so ein Pain, wenn du eine Firma gründen musst. Versicherungen bis zum Bach runter. Aber ich habe in Deutschland mal eine Firma gegründet. Also erstens mal zwei gegenüber der Schweiz. Und wir haben vor einem Jahr in Mazedonien eine Firma gegründet. Und das ist dann mal fünf. Ah wirklich? Also weisst du, von daher sind wir eigentlich schon relativ gut gestellt hier in der Schweiz. Schon, aber es geht noch besser. Es geht noch viel besser. Ja natürlich, natürlich. Übrigens hast du mit Startups gemacht, oder? Nein. Die sind dort auch recht cool. Das ist ein recht guter Service, recht günstig. Okay. Ich habe schon ein paar Firmen mit dieser Plattform gegründet. Ah wirklich? Die nehmen da wirklich sehr, sehr viel Bürokratie und all diese Formen an und so einfach ab, die standardmässig sind. Es kommt immer, glaube ich, darauf an, wie komplex und wie gross die Firma ist, die gründet sind. Ja. Aber halt die Bürokratie, oder? Ich glaube, da kann jeder Unternehmer ein bisschen davon sein. Ja. Wie siehst du, wir sind gerade vor der letzten Woche, sind wir von Sorgans auf St. Gallen gezogen, in Startfeld. Ja. Ich weiss nicht mehr, was du kennst. Ja, ja. Du bist als Partner im Startfeld. Ah, okay. Ja genau. Und ich meine nur schon so einen Sitzwechsel, dass du nicht einfach schreiben kannst, hey, wir sind an einem neuen Ort. Verstehen. Das ist ja gleich. Gutenänderung. Hi, hi, hi. Ja, genau. Ich kenne es. Ich habe auch schon eins, zwei Mal mitgemacht. Aber eigentlich sind wir gleich zu beim Thema. Und zwar zum neuesten Projekt von dir, Lifetrack. Ja, genau. Vielleicht gibst du ganz kurz einen Einblick. Ich habe es schon ein bisschen gesehen im Internet. Was ist die Idee dahinter und was ist die Motivation? Also grundsätzlich ist es eine Softwareplattform, wo wir Sensorik oder Steuerungen anbinden, Informationen zu Füllstrengen geben. Also Container, Glaskontainer, Abfallcontainer. Einfach die, die auch in den Städten stehen. Umgekehrter Fall kann auch sein Salzsilos oder Zementsilos etc. Einfach Behälter, die man füllen oder leeren muss. Die überwachen wir und schauen, wie voll das sind. Aufgrund von den Daten, die wir bekommen, berechnen wir, wenn wir den beispielsweise leer werden. Und dann mit all diesen Informationen die Logistik automatisieren. Ist das Software-as-a-Service? Ich meine, du hast auf der einen Seite Hardware, aber du hast auch Software. Also typisches IoT. Ja, genau. Also es ist eigentlich eine Plattform-as-a-Service. Also wir haben keine Software, die man irgendwie installiert oder so. Einfach zum Definieren oder zum Klarifizieren. Und ja, IoT ist ein Paradebeispiel davon. Ja. Was sind so die Herausforderungen gewesen? Oder woher kommt die Idee? Mein Background ist, wie immer gesagt, im Bau. Und ich habe dort gesehen, wie die Logistik funktioniert. Spezifisch, also bei einzelnen Fällen. Und ich musste dann sagen, es ist eigentlich nicht so optimal, wie das läuft. Also ich meine, wenn du überlegst, wenn du DPD anrufst und sagst, hey, ich muss ein Pack schicken, dann sagen sie einfach, ja, wir kommen. Sondern sie fragen, ja, wie hoch, wie breit, wie schwer, dass es ist, dass man das planen kann. Ja. Und in der Logistik, in der Entsorgung, fährt man einfach drauf los und schaut, was kommt wann. Und irgendwann ist der Lastwagen voll und dann geht man lernen. Oder anstatt, dass man die Informationen nutzt. Ja. Und seit wann sind wir auf dem Markt? Seit mal halber Jahr. Seit mal halber Jahr. Ja. Ja. Auch schon bereits viele Kunden, bereits viele Testprojekte. Wie ist der Anklang auf dem Markt heraus? Grundsätzlich sehr gut. Es ist ein Thema, das sicher brennt, auch in der aktuellen Smart-City-Thematik. Das ist die Digitalisierung von Städten. Und grundsätzlich haben wir jetzt das ganze Nemmental ausgerüstet. Es sind rund 90 Container, die uns jetzt eine Stunde Zustand schicken. Und jetzt sind wir dran, mit diesen Daten eigentlich zu lernen und zu schauen, funktioniert das. Funktioniert es nicht? Auch schauen, wie stark kann man die Produktivität auch effektiv dann steigern. Also mal ein lose-case, wirklich mal eine grössere Region. Auch nicht nur jetzt ein oder zwei Container irgendwo rumstoßen, sondern wirklich mit 90. Und wirklich nachher mal ein Exempel machen. Es ist nötig. Es ist nötig. Du musst auch wirklich ganze Regionen oder ganze Städte einfach überwachen können, dass du siehst, wie das ganze System auch in sich funktioniert. Nur ein einzelner Container, technisch ist das nie ein Problem. Aber dann wirklich sehen wird, wie die Masse funktioniert. Das ist wirklich der Fall. Und bieten wir in diesem Sinne auch Beratungsdienstleistungen? Oder analysieren wir das mit dem Kunden zusammen? Ja. Oder wird dann dem Kunden einfach auch einfach Fortschläge, jetzt solltest du diese Route fahren oder jetzt musst du lernen? Genau. Das ist ein Ziel zu schaffen, dass das automatisiert auch passiert. Das heisst, dass er eigentlich weiss, welcher Kunde er anfahren soll. Oder vor allem, dass er Tage im Fotos weiss. Also, jetzt ist es halt vielfach schon so, wenn der von der Gemeinde anläuft und sagt, hey, da sind Säcke nebendran, dann muss er los. Auch wenn er vielleicht gar keine Lastwege mehr hat. Das kann es ja nicht sein. Ja, genau. Und wenn du das natürlich Tage im Fotos weisst, hey, dann und dann ist der Voller, oder dann und dann sind die alle Voller, dann hast du einfach Zeit, du hast mehr Zeit zum Planen. Ja, und ich glaube auch, die Produktivität wird besser. Oder die Auslast, die Effizienz, sagen wir es mal so. Absolut. Dass du jetzt noch einen leeren Container hinfährst und auf der anderen Seite ein Voller überfüllt. Ja, genau. Und gerade jetzt auch in dieser Thematik des CO2. Absolut. Ich glaube, es spielt sicher alle Karten hinein, dass es einfach den Weg sparen kann. Ja. Es geht am Ende der Geschichte um Digitalisierung zu einer besseren Kosteneffizienz. Und am Ende der Geschichte hat eine Kosteneffizienz auch Positives für das Klima. Es ist effektiv. Es hat mehrere Impacts. Es sind 6 Kosten, also effektiv wirklich wenige Kilometer fahren. Es hat den CO2-Aspekt, wie du sagst. Aber auch, ich sage jetzt, für den Bewohner einer Stadt oder einer Region, wo, ich meine, jeder kennt das, wie die Kostene überfüllt sind und die Säcke nebendran herangestellt werden. Und das ist auch nicht immer etwas Angenehmes. Du hast ja gesagt, seit einem halben Jahr sind wir draussen auf dem Markt. Was sind so die grössten Herausforderungen? Wenn du sagst, was sind so die grössten Challenges? Okay, das Produkt, logisch, das muss funktionieren. Ja. Aber was sagst du, ist so die Vermarktung oder die Awareness schaffen? Was sagst du, was ist die grösste Herausforderung? Also das Gute ist eben, was ich verratete mit Smart City, eine gewisse Awareness ist eigentlich in diesem Bereich. Also das ist wirklich, von dem her, eine gute Zeit. Die Schwierigkeit ist eigentlich effektiv, das Produkt so sauber zu machen. Also man hat sehr begrenzte Ressourcen als Start-up. Du kannst nicht einfach irgendwie einmal anfangen, losentwickeln und wenn es nichts war, dann hast du halt ein halbes Jahr in die Zange gesetzt. Sondern du musst wirklich extrem zielgerichtet unterwegs sein und immer wieder anpassen und sehr, sehr agil. Wie man jetzt so sagt, agil unterwegs sein. Aber das macht es halt auch spannend. Aber das ist sicher, ich finde, das ist die Schwierigkeit, genau das richtige Future zuerst zu entwickeln. Ja. Weisst du so, ich meine, ich kenne ja auch als Start-up, wir sind nicht mehr wirklich ein Start-up, aber du sagst, okay, das sind so die Sachen, die haben wir falsch gemacht. Wenn du so sagen, nach einem halben Jahr, okay, dann hätten wir anders machen können. Gibt es da schon Sachen, wo du sagst, hm, hätte man etwas anders gemacht? Ich sage jetzt nicht unbedingt spezifisch. Oh, schau, jetzt meldet sich Siri noch. Sie lässt es mal. Sie lässt es mal nehmen. Ganz gespannt. Ja. Ja. Also, er weisst es schon. Ich möchte das nicht mehr abholen, also wirklich viel mehr auch mit den Kunden reden. Oder mit potenziellen Kunden reden. Also, ihr habt eigentlich eure Idee gehabt, jetzt auf das ausentwickeln. Eigentlich wäre es besser gewesen, wäre noch etwas mehr die Marktstimmung oder so, den Turm vom Markt abholen. Also, wir haben ja schon früher auch abgeholt, aber ich denke, es möchte immer noch etwas mehr. Also, das darfst du einfach nicht unterschätzen, mit dritten Reden. Sichs Kunden, aber auch Partner, oder, die ganz spezifische Teilaspekte, wo du eigentlich denkst, wie soll ich das am besten lösen, schon haben, oder? Auf einer Stange zum Kaufen, oder? Und ich denke da, also vor allem so Data Science Geschichten, wo man sicher hätte, wenn man es früher schon gewusst hätte, also das ist halt immer im Nachhinein der Sache. Ja, im Nachhinein ist es sehr einfach. Wenn du dann halt da anfängst, dann bist du dir das einfach nicht bewusst, oder dass das irgendwer schon macht. Aber wir haben jetzt natürlich, eben, wir sind drei Leute, aber wir haben wahrscheinlich irgendwie zehn Partner. Das baut halt so auf, oder? Ja. Ich glaube, so einen von den Punkten, wo ich mitgenommen habe, und wo ich auch heute noch gesehen habe, es braucht einfach meistens längere Zeit, dass du vorgestellt hast. Ja. Du hast so deine Idee, ja, es muss doch so sein. Und, 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 äh, weil ich, äh, 99 pro 100 Probleme noch gar nicht gesehen, oder weisst du? Ja, ja, ja. So Hürden, und sagst, ah, fuck, und das, äh, das steht auch immer wieder im Weg. Also sowohl im Positiven, wie auch im Negativen. Aber das ist so das, was ich muss sagen, es hat einfach viel länger, du hast eine Vision, oder? Ja. Ja. Als Unternehmer denkst du, ja, die T-M. Und als, äh, äh, als Unternehmer willst du dann auch, ja, es soll vorwärts gehen, aber es braucht einfach meistens, glaube ich, ein bisschen länger Zeit. Ja. Und man muss gleich immer alles selber lernen. Auch wenn, oder einen Haufen selber lernen. Absolut. Ich glaube, auch wenn es der ein oder andere Unternehmer noch mitteilt, so, ja, das würde ich so machen. Äh, im Nachhinein sagst du, ja, mal ehrlich, das ist recht. Ja. 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 Aber dann weisst du auch, wieso, dass du das eben so machen solltest. Und, äh, von dem her, ja. Also eben, jetzt, äh, jetzt, äh, du bist in der Beratungstien, du bist in der Strategie und sagst, du machst einen Actionplan und so weiter. Dass es nachher effektiv auch so umgesetzt wird? Das ist, das ist ja so, das braucht einfach, halt am Anfang wahnsinnig Zeit. Oder, dass du wirklich, ich meine, das, 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 das du jedem mitnimmst, das Foto bei der Geschäftsleitung auch, das Geschäftsleitung mal dahintersteht und das, das dann gegenüber auch, auch lebt und, und hersteht und, und sagt, hey, das ist, das ist, das ist Zukunft und, und wir, wir glauben daran, oder? Und, äh, das ist, ja, das ist, das ist nicht, das ist nicht einfach. Aber wenn, wenn die Unternehmung nicht will, dann musst du sie auch nicht besuchen. Ja gut, das ist klar, also, wenn die Bereitschaft schon von oben nicht da ist, dann, dann musst du es nicht. Aber dann kommst du auch nicht dazu, dann holen sie dir. Ja, ist klar, eben. Für mich ist einfach immer so, ich sehe auch in ein paar Unternehmen hinein, und in Ideen sind immer sehr, sehr viele da, und ehrlich, auch als sehr gute Strategien, oder ja, viele Kollegen, die in dem Sinne selbstständige Unternehmer und so sind, und auch schon sehr viele Leute da, die sich selbstständig gemacht haben. Und es ist, ich bin der Meinung, einfach so, es krankt am Schluss am meisten in der effektiven Umsetzung von den Sachen, die du beschlossen hast. Ja, das ist sicher, das ist auch so, also, ja, da fällt natürlich ein bisschen Kompetenz dann auch, halt zum Beispiel, ich meine, wenn du ein Portal entwickeln musst, wirklich, jetzt solltest du eine Firma beauftragen, die Softwareentwicklung macht, oder wo irgendwas als Device für dein Design mit diesen Leuten reden, ist halt vielfach schwierig, oder? Und dann irgendwann resignierst du oder lässt es sein, und dann, ja, dann machst du das Projekt weg. Ich denke, auch da, also das ist natürlich eben ein Vorteil von uns jetzt, wo das, ich mache diese Sachen sowieso selber, und für Unternehmen ist das ja wirklich ein Mehrwert, wenn die sagen, ja Gott, ich gebe dir die Projektleitung auf eine gewisse Zeit raus, und du koordinierst mit den Softwareleuten, das zum Beispiel. Und was würdest du jetzt in der Digitalisierung, ich meine, man redet schon seit ein paar Jahren von der Digitalisierung, und jeder, also es ist ja fast ein Unwort. Mittlerweile schon fast wieder nicht mehr, aber vor einem Jahr ist es sicher ziemlich, es ist fast ein Unwort gewesen. Trotzdem hat es ja noch so viel Potenzial. Was gibst du einem Unternehmen mit, das weiss, okay, eigentlich muss ich etwas in der Digitalisierung machen? Wie geht dir die Thematik an? Also einfach so klassische, klassische Handwerksbetriebe oder whatever. Also grundsätzlich würde ich sagen, kümmern euch nicht um Digitalisierung, sondern kümmern euch um das Geschäftsmodell. Also sagen wir mal, was willst du, was ist der Prozess, der dich am meisten aufhaltet, weil du unproduktiv bist, aber gleich machen musst, oder? Und dann schaue mal, ja gut, wie könnte man das verschnellern? Ich lebe, Digitalisierung per se ist ja ein technischer Begriff, also das heisst ja wirklich Technologie. Technologie ist, ich sage, es ist alles möglich. Das kommt ein wenig darauf an, wie viel willst du ausgeben, und wie sinnhaftig das ist. Aber sicher der falsche Weg ist, um irgendwie zu sagen, jetzt machen wir ja künstliche Intelligenz oder so irgendwas, implementieren wir das und man weiss nicht genau wieso. Also der erste Schritt ist wahrscheinlich, zu schauen, wo haben wir die meisten Probleme, was kostet es vielleicht am meisten, wo haben wir die meisten ineffizient sind, und dann schaut man das spezifisch an und sagt, wie könnte man das verschnellen. Ja, ich denke. Das ist doch fast ein gutes Schlusswort, also ein gutes Take-away für unsere Zuseher. Die Halbstunde ist leider schon um, ist sehr, sehr, sehr spannend. Es geht meistens extrem schnell in diesen Spielen. Ja, absolut. Ich denke, wir könnten eigentlich noch eine Stunde, zwei diskutieren. Es war sehr, sehr spannend. Wir werden natürlich noch einblenden, sicher mal das Live-Track, dass die Leute diese Geschichte noch anschauen wollen. Bei uns, Ben, es war sehr spannend, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Insights und wünsche natürlich viel Erfolg, vor allem auch mit einem neuen Start-up. Danke.